Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play 1.0 Video-Guide, der linke Weg. Wir werden gleich weitermachen. Hallo, wir versuchen heute das Unmögliche zu schaffen. Wir haben es noch keiner geschafft hat. Wir lassen uns heute nicht mal vor verrücktem Professor und Stoppen. Nicht mal vom Bowser. Ja. Ja, wir vermutlich gemerkt haben, dass wir nicht... Wir versuchen jetzt einmal den Ektrück, würde ich sagen. Ja, wie ihr wahrscheinlich jetzt schon gemerkt habt, spiele ich mit Buhu 007. Also, einfach weiter. Ich bleibe hier stehen. Ja, es geht. Das ist toll. Dann ist es so, dass es wieder richtig geht. Daher wird immer schlechter irgendwie. Ich bin ein neuer Trick hier rausgefunden. Hier ein Trick, man nicht. Ich glaube nicht, dass ich hier stehen bleiben kann, weil dann... Trifft mich das Weiße, dann auch immer. ...macht, wenn er auf dem Boden ankommt. Deswegen kann ich es vergessen. Ihr werdet sehen. Das ist ja keine Kunst. Da muss ich immer nur... Ich kann springen. Ich kann springen. Ich kann springen. Nein, ich glaube... Ganz links könnte man stehen bleiben. Ah! Und zum ersten Mal in der Geschichte haben wir... ...hat uns das Kokodil besiegt. Mit seinen komischen Alpen abspringen. Ich komme ja nicht mehr am besten Weili. In der Schleif. Okay, ich bleibe jetzt in der Eck. Ich gehe jetzt. Was weiß ich. Oster, dreht sie in Dose rum. Man kann in dem Kampf eh nicht sterben, wenn man nur in der Eck hier bleibt. Ja, ich muss einmal schiessen drücken. Woah! Wann für diesen Bosskampf! Einmal auf Schiessen drücken! Hier, kannst du stehen bleiben. Ich glaube! Du musst einfach mal... Ja, weil das Weiße kann mich auch töten, gäh? Wieso, aber sind wir weg? Ja, aber es ist nicht ganz wenig gekommen. Hä? Äh? Wieso? Okay, klappt auch nicht. Ja egal, das braucht man eh keinen Skill dafür. Das kann ja jeder. Wir sind aber vorher gescheitert. Puh, das musst du doch nicht sagen. Gehen wir rausschneiden? Nervenkitzel pur wieder einmal. Ja. Nein, du bist so knapp. Gott, nicht schlecht. Mann, du. 2, 2, 2. Mann, an der Reihe bist du jetzt. Der Kudo-Mensch kommt wieder. So, jetzt kommst du, jetzt wirst du so eingehen. Ein. Ich habe ihn nicht schon mal geschafft. Ich hätte ihn ja auch jetzt vorhin geschafft, da habe ich den epischen Sprung über die Kugel nicht geschafft. Und wie peinlich ist, doch egal. Du formierst dich vor allem. Es kommt Feuer und so. Was ist das? Die Kugel. Die Kugel. Die, ähm, diese ist die Flichtaufgabe. Kein Kommentar. Die Kugel. Die Kugel. Ich habe nichts gesehen. Es ist, glaube ich, eine Störung am Game. Es ist nichts passiert. Nichts passiert. Nichts passiert. Gar nichts. Wie wohl. Auf der langweilige Wooster kommt wieder einmal. Es war eigentlich etwas Unglaubliches. Wie geht das denn? Bowser hat das überlebt, wie geht das denn? Bowser hat sich wirklich verbessert Wird dieser Kampf unendlich lange gehen. Nein, jetzt haben wir es geschafft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh je. Das ist lustig, das ist lustig. Du wirst das Ruder sein. Mist, ich bin schon wieder so leise. Manu! Wir sind gestorben. Ja. Aufgrund dessen, dass mein Audiozeuger immer runtergeht. Bleib um! Manu! Durch testliche Probleme. Ja, technische Probleme, weil... Kein Wunder, dass man mich nicht hört. Bleib da! Ja, wir wollen Musik hören. Zeiger, bleib um! Wieso will er nicht umbleiben? Was ist jetzt durch? Naja... Man hört mich halt nicht ganz so toll, aber egal. Ja, wenn ich rede, geht darum, dass ich mich gekloppt... Jetzt für diese Spannung... Boah! Nervenkitzel! Und Suizid! Wow! 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 Ja, genau! Ich bin der richtige, einfach nicht lazy, zu von… Lehken… das ist einfach nicht firm. Meghan Kar vemrk oub definitely فJa� f fishy! Heutz. Ich habe mich etwas ernsthaft gesehen. wo das Blum hat mich fast erwischt ja ganz schnell wieder stellen äh lauter so weiter und gleich bin ich wieder läuse das find ich doof Wiley schaffen wir diesmal nö die Quoten stehen schlecht ja erste Quote abzulesen steht sie in etwa gleich wie ich gegen Bowser ähm so netto ja Gott jetzt wirst du sterben Wiley ich muss episch schreien weil sonst hört man mich nicht so erzähle ich ihn noch öfter als Wistelsang ich kugelt und wieder das ist so eine routinierte Abfrage eigentlich aber nicht jetzt mann ruhig sind kein einziges Mal oder was ja die Lautstärke bleibt kreischen dass man mich hört Mensch ja okay ich habe keine Ahnung wie so es so ist also egal ja ja sein skill erlaubt es nicht diese Ecke zu treffen seine Quote verschlechtert sich aufs neue z. ja so so die die elevator ja jahr gerade das hat mich gar nicht mehr ja da sagt sie ja Ok das geht nicht Nein das geht nicht ich will jetzt einfach mal das Audio und Spiele wieder die Kaste langsam gilt letztlich ich bin da in der Augen die Gauppel auch in die Spur da ein Teil ein paar wenn er es für die Quote erneut soll ich habe sie den letzten Versuch in diesem Video gegen Wiley werden wir erschaffen Jürgen und der warmeister abzunehmen und er nervt irgendwie ich bin ich da das war er ein erster Name wort wieder einmal sehr stark ja wie 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 weil ich ich sage es ja Ja! Da hab ich jetzt grad die Lautstärke ausgeschaltet... Oh! Hallo! Fuck! Okay, man hört mich nicht! Schlecht! Sehr schlecht! Ja, was mach ich jetzt? Hallo, hallo, hallo! Hört ihr mich? Nein! Spiel weiter! Ja, ich spiel... Da hab ich halt einen... Unkommentiert... Uff! Geh, schau! Ich bin... Das erste Mal nach... 500 Personen wieder... Ja, ich hoffe man hat... Egal... Fertiglich... Nein! Drüber jumpen... Und geschafft! Das schaut schon viel versprechen aus... Ja! Bruder und Schlecht zu müssen... Ich bin aber optimistisch... So, jetzt komm, jetzt komm! Nein, hoch, mein! Ihr dreht der Kugel! Da muss wieder Sprung! Nein! Sam, jetzt hab ich den... Schon wieder! Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017